Heute habe ich für euch drei versteckte Waffen in Far Cry 6 und bekommt sie eben nicht über die normalen FND-Truhen, sondern ein bisschen anders, waren auch meine letzten, sollte man aber wirklich haben, weil sie extrem gut sind. Bleibt dran! Servus Guerilla Fighter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr genießt alle die Open World auf Yara. Lädst du mehr Kunden ein? Wetter ist ja fast immer gut. Es gibt ja sehr wenig Regentage, kann man glaube ich an einer Hand abzählen. Ich bin mittlerweile durch, habe alles abgeschlossen und auch einige versteckte Waffen gefunden, die man nicht über die normalen FND-Truhen bekommt, sondern über Schatzsuchen. Die Schatzsuchen werden zwar ja auf der Map markiert, aber man weiß nicht, was als Belohnung rauskommt und drei gute Schatzsuchen habe ich gefunden, wo extrem geile Waffen eben geben, die wahrscheinlich auch einige von euch noch nicht haben und das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Falls einer von euch noch absolut babamäßige, super informative Far Cry 6 Videos braucht, kann man mir gerne auf dem Kanal vorbeischauen oder auch ein Abo dalassen, dann verpasst ihr auch keine Far Cry News Videos. In der nächsten Zeit steht ja noch einiges an. Ich würde auch sagen, wir starten direkt in die erste Schatzsuche rein und die Belohnung, welche Waffe rauskommt. Die erste Schatzsuche befindet sich auf der rechten Seite ganz unten. Wenn ihr sie noch nicht freigeschaltet habt, dann einfach dort hinreisen. Dort bekommt ihr den MGL 6 Granatwerfer. Einige von euch haben sich wahrscheinlich schon gefragt, wo bekommt man diese Waffe her? Von der Schatzsuche könnt ihr nicht in den normalen FND-Truhen finden. Ich selber habe sie auch sehr spät bekommen. Ich habe immer mit dem einzigartigen Granatwerfer gespielt, aber den, wo man natürlich selber modifizieren kann, ist natürlich klar noch ein Tick besser. Man kann eben verschiedene Mods anbringen. Man muss nicht unbedingt mit dem Explosionsmod spielen, sondern kann zum Beispiel auch andere Sachen dort eben einbauen bei der Munition. Man kann einen Scope drauf machen, wenn man das möchte und auch noch einen Laserpointer. Zudem kann man eben drei verschiedene Mods nach Wahl einbauen. Rundum für mich persönlich der beste Granatwerfer, die beste Explosivwaffe im Spiel und ich spiele immer mit der. Ist wirklich meine absolut Lieblingswaffe. Ab und zu spiele ich dann auch mal eben mit diesem Raketenwerfer, aber das war es dann auch. Und kann euch nur empfehlen, diese Waffe zu holen. Was müsst ihr bei der Schatzsuche machen? Als allererstes natürlich wieder den Zettel nehmen, dann geht in das Haus gleich herein und zieht die Stromkabel ab von diesen zwei Maschinen. Dadurch ist eben der Reaktor nicht mehr damit verbunden und ihr könnt ganz easy diesen Reaktor oder eher gesagt diesen Strom, wie soll ich sagen, diesen Stromwagen auf die andere Seite schieben. Das ist wirklich brutal, wie weit man das Ding durch die Gegend kicken muss. Glaubt mir Leute, das dauert echt ein bisschen, zumal man mit dem Ding nicht so gut lenken kann. Ich habe ihn dann so lange durch die Gegend getreten, bis er bei dem letzten Haus hinten in der Ecke ankam. Den Buckel rollt er dann von selber ein bisschen runter und dann rollt er auch in die richtige Position. Denn ihr müsst auf der anderen Seite eben das eine Haus löschen. Da braucht ihr natürlich erstmal Strom, dass die Wasserpumpe geht. Dann geht ihr einfach hoch zur Wasserpumpe und aktiviert die Wasserpumpe eben und dann wird oben das Feuer gelöscht. Dadurch könnt ihr dann eben oben drüber laufen und könnt an einer Stelle auch ein Schloss kaputt schießen und kommt so in den unteren Bereich rein. Müsst dann da so eine Schlüsselkarte holen, dann auf die andere Seite und dann könnt ihr euch auch den Granatwerfer holen. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, ist ein richtig schickes Teil. Die zweite Schatzsuche befindet sich in der Nähe, auch auf der rechten Seite der großen Map. Dort bekommt ihr das MG42 raus, ein leichtes Maschinengewehr, vier Sterne. Haben sich vielleicht auch einige gefragt, wo man es herbekommt. Eben aus einer Schatzsuche, nicht aus den normalen Truhen. Ist ein extrem gutes, leichtes Maschinengewehr, wenn man keinen Schalldämpfer benötigt. Weil einen Schalldämpfer kann man hier leider nicht drauf schrauben. Ansonsten sehr gute Werte, viele Mod-Slots und auch viele Aufsätze. Man kann es halt selber schön modifizieren. Was muss man dafür tun? Wir müssen eben einfach am Anfang auch diesen Plan von der Schatzsuche eben nehmen. Geht einfach in das Haus rein und in der Mitte seht ihr einen Pult. Und das Pult braucht erstmal Strom. Ihr müsst dann vier verschiedene Schalter aktivieren. Der erste Schalter geht eigentlich relativ schnell. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr über die Tische lauft. Ich habe in meiner Schnelligkeit da alles mitgenommen, was nur ging. Bin fast drauf gegangen. Schaut, dass ihr wirklich einfach über den Tisch drüber lauft und hinten in die Ecke dann erst den Knopf drückt und dann ums Eck läuft. Und dann habt ihr auch den allerersten Schalter aktiviert. Als zweites müsst ihr zurück in den Hauptraum. Schaut einfach nach rechts, klettert nach oben und dann könnt ihr ein Schloss kaputtschießen von einer Türe. Dann einfach wieder zurück, runter und dann kann man gerade wo der Strom war, durch das Gebiet, durch die Treppe eben hochlaufen. Durch die Tür durch, ganz nach hinten. Und dort ist dann auch der zweite Schalter. Danach geht ihr dann wieder in den Hauptraum an der gleichen Stelle nach oben, wo ihr auch gerade die Kette weggeschossen habt. Dann diesmal eben umdrehen und ihr kommt auf so eine Brüstung oben drauf. Lauft dann einfach da lang, wo ich langlaufe. Da ist dann hinten so eine Leitung, wo ihr runter könnt. Ihr könnt auch einfach runterspringen. Und da befindet sich dann der dritte Schalter. Lauft dann einfach unten weiter durch. Ihr müsst da ein paar Mal die Bretter kaputt schießen und kommt dann auch wieder in den Hauptraum. Für den letzten Schalter müsst ihr auch wieder ganz nach oben. Einfach wieder auf der rechten Seite nach oben. Dann auf diese Brüstung und diesmal ganz nach hinten laufen. Das geht nur von einer Seite. Und da ist dann eben der vierte Schalter. Passt auf, da ist so ein kleines Wiesel, wo ihr euch dann angreift. Ist aber nicht allzu schwer. Man kann aber ein bisschen erschrecken. Und dann könnt ihr auch den vierten Schalter aktivieren. Zurück zur Konsole. Da könnt ihr alles aktivieren und geht dann eben nach hinten durch. Da steht dann auch noch ein Einhorn rum. Und das Einhorn bekommt ihr ebenfalls als Belohnung, als Reittier. Finde ich eine ganz nette Sache. Ich stehe da jetzt nicht zu zwar drauf. Ich mag einfach nur ein schwarzes Pferd. Aber wer ein Einhorn auf jeden Fall mag, der kann in Far Cry 6 mit dem Einhorn rumlaufen. Und als zweite Belohnung bekommt man dann auch gleich noch das MG 42. Die dritte Schatzsuche findet ihr auch auf der rechten Seite. Es ist über dieser Hauptbase, wie ihr hier sehen könnt. Ist lustig. Alle geilen Waffen gibt es alle auf der rechten Seite im rechten Gebiet. Bei der Schatzsuche bekommt man unter anderem eben die Spaß 12 raus. Finde ich auch eine richtig coole Schrotflinte. Ist zwar nicht die stärkste Schrotflinte im Spiel. Aber trotzdem muss man ehrlich sagen, grundsolide. Ich finde sie sieht extrem cool aus. Mit einem Schalldämpfer vorne drauf. Ich habe einen silbernen Skin drauf gemacht. Hat vier verschiedene Aufsatzmods. Leider nur ein Mod drauf. Weil sie eben von der Seltenheitsstufe nur zwei Sterne hat. Aber trotzdem wirklich eine schicke Schrotflinte. Und weil es eine normale Waffe ist, wollte ich sie euch auch zeigen. Was müsst ihr bei der Schatzsuche machen? Nehmt euch am Anfang wieder den Zettel. Dann müsst ihr auf der linken Seite so einen größeren Schalter aktivieren. Das geht leider nicht, weil hier auch der Strom fällt. Absoluter Klassiker. Wiederholt sich ein bisschen in Far Cry 6. Es gibt dann weiter hinten ein paar mehrere Häuser, wo eben mit dem Strom verbunden sind. Über die Stromleitungen. Bei einem Haus könnt ihr einfach in den oberen Stock eben reinklettern. Auf der einen Seite ist der Schalter. Ganz hinten gibt es noch so eine kleine Hütte. Da muss man vorne einfach nur so einen Holzverschlager, so ein Holzbrett kaputt schießen. Da ist dann der zweite Schalter. Der letzte Schalter ist so ein bisschen schwieriger. Da muss man auf dem Haus oben drauf klettern, oben eben kaputt schießen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das Ganze gefunden habe. Und dann ist da der dritte Schalter. Und unten drunter ist dann auch nochmal so ein Loch im Boden, wo man dann auch hätte reinkommen sollen. Da bin ich aber auf jeden Fall rausgekommen. Geht dann einfach runter und aktiviert den letzten Schalter. Alle drei anderen sind ja aktiviert. Könnt ihr ins Haus rein und euch die Spaß 12 holen. An der Stelle noch eine wichtige Info. Und zwar gibt es noch eine extrem gute Waffe in einer Schatzsuche. Das habe ich aber schon in einem anderen Video erklärt. Ich möchte es hier nur am Rand erwähnen. Und zwar die Desert Eagle. Eine Handfeuerpistole. Kann man so ganz sechsfach Zoom drauf schrauben. Die gibt es wie gesagt auch bei einer Schatzsuche. Und zwar ganz oben links in Esperanza. Wer dazu nochmal ein paar mehr Infos haben möchte, sollte einfach oben rechts aufs i zeigen klicken. Aber eigentlich solltet ihr das wahrscheinlich selber hinkriegen. Und die Schatzsuche abschließen. Lohnt sich auf jeden Fall. Wie vor schon erwähnt, gibt es natürlich noch weitaus mehr versteckte Waffen. In Far Cry 6 gibt ja noch Dutzende Schatzsuchen. Aber das sind so die besten Schatzsuchen, die ich euch empfehlen kann, wo gute Waffen rauskommen. Es gibt natürlich noch andere, ja einzigartige Waffen. Die finde ich persönlich aber nicht so gut, weil sie eben schon komplett fertig gemoddet sind. Sie haben zwar einen geilen Skin, aber ansonsten kann man eben leider nichts mehr an den Waffen verändern. Das war es soweit vom Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wer mehr zu Far Cry 6 sehen möchte, kann immer gerne auf dem Kanal vorbeischauen oder auch ein Abo dalassen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit. Auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.